Es ist natürlich immer das Größte von einem Sportler, dass man bei Olympischen Spielen dabei ist und ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Und es war natürlich vor der Anreize schon ein bisschen ein komisches Gefühl, weil man ja doch ziemlich viel Negatives auch mitgekriegt hat. Aber ich habe mich trotzdem gefreut und habe auch versucht, mich einfach auf das Sportliche zu konzentrieren. Aber jetzt bin ich hier und es ist alles tip top und mir gefällt es hier und jetzt freue ich mich dann auf die Wettkämpfe. Die zwei sind älter wie ich, stelle mich dann eigentlich immer hinten an, aber für mich ist es natürlich das Beste, mit denen zwei zu trainieren, weil ich kann sehr viel von ihnen lernen, nicht nur Skifahrerisch, sondern auch so kann ich einiges abschauen und ab und zu kann ich sie vielleicht auch mal ärgern im Training. Aber für mich ist es auf jeden Fall das Beste, in dem Team zu sein und Teil des Teams zu sein.